Moin und herzlich willkommen zum neuesten Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal was besonderes zeigen. Ich bin hier gerade in New World drin. Und da vorne ist auch der erste Boss, den ich bekämpfen werde. Das geht ganz schnell. Kurz einmal looten. Das Teil habe ich schon, also kann es weg. Es geht um dieses kleine Augenblick Schießpulverfass. Hier oben ist Windkreis. Hier ist die Hauptstadt. Ihr müsst einmal zu dieser Höhle gehen. In Kratzfeldshöhle. Und dann einmal. Jetzt drängt ihr das hier auf. Und schon habt ihr ein Areal, was ihr looten könnt. Und jetzt einmal hier hoch. Ups. Och ne. Dann gehe ich einmal rum. Das hier ist auch neu. Seit dem Update gab es einige Veränderungen auf der Map. Das ist so ein kleiner Parcours. Und jetzt passiert was. Wow. Hier habt ihr eine Kiste, wenn ihr die ihr suchen könnt. Und ich frage mich, ob man da oben hochkommt. Ja, kommt man. ie prova League-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV- новый Tipp. Und was haben wir hier? Wow! Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Und man sieht sich beim nächsten Tutorial. Einen schönen Abend noch.